Bling mal los! Ach, ist das nicht schön, Leute! Guck mal, die Jungs da hinten halten dich schon mal ein bisschen fest. Das würde ich auch machen, ehrlich du. Ich lass mich doch runterfelsen da oben. Halt dich fest! Nicht locker lassen! Halt dich fest, Rüdiger! Jetzt fliegt's mir sonst noch weg. Einmal ganz nach oben. Mit voller Geschwindigkeit, Bretter da oben. Oh mein Gott! Und dann wieder runter, dann wieder runter. Aber nicht ganz so tief, ey, nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief. Andersrum wieder ein bisschen hoch. Oh, da ist ja was, komm! Wir machen's doch! Einmal ganz nach unten! Genau! Ja! 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 Leute, jetzt können wir euch wieder entspannen. Oh, ist das geil. Siehst du mit Händen da oben, dann hängt man besser durch. Da sind wir Achsel schön belüftet. Ehrlich. So, und was meint er? Reicht das für euch jetzt? Warte mal, ist er... Nein? Die Jungs wollen noch mehr. Ach du Kacke. Warte, was ist mit Kameramann Johnson hier vorne? Auch noch mehr? Wird einfach, als wäre es gar nichts. Na gut. Ich bin großer, was soll's. Einmal Nummer vier, durchatmen. Probieren wir es noch einmal aus jetzt, Sila. Schleuke Fumann, eine Wendel oben. Jetzt wird's hart. und die Schleuke Fumann, ein paar Sachen Schleuke, Aber alles so zu viel. Schleuke Fumann. Wir sehen uns doch noch einmal aus der Lasik. Und ich bin das Geschenk luôn. Die Zwerge, das ist die Zwerge. Und ich bin das Geschenk. 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 Ja, Junge, jetzt lachen sie sich schlapp da hinten in der Ecke. So war geil, ne? Der Adrenalinkick, nachdem du gesucht hast. Das war der Nightstyle. Schaukeln etwas anders. Geil, Alter, was? Geil, Alter, was?